Wie im letzten Part schon angekündigt, wollte ich mal auf YouTube gucken, ob es genau wie in Flanoor auch eine Heimdise-Szene mit allen Charakteren gibt. Und ja, gibt es. Und zwar mal den Charakter, mit dem man halt in Flanoor rausgeht. Und ich hab die auch alle auf YouTube gefunden, außer zu Kratos. Ich weiß nicht, ob es da auch eine gibt, aber die hab ich bisher nicht gefunden. Das Problem ist, die haben nicht unbedingt eine gute Qualität, die meisten. Bei Flanoor gab's die alle Schöne aus der HD-Version vom Kanal Tates Stuff, aber hier finde ich die meisten nicht in einer guten Qualität. Ich würde sagen, wir schauen die uns trotzdem an, auch wenn die manchmal sogar nur abgefilmt sind. Aber ich will halt einfach sehen, worum es da geht und was die Charaktere sagen, einfach um mehr vom Spiel zu verstehen. Ihr müsst es dann hier schauen, es ist nur ein Bonus-Part, wie gesagt. Und ja, dann gucken wir uns mal zuerst die von Zellos hier an. What is it? Sorry, did I wake you? I couldn't really get to sleep. Then can I talk to you for a sec? Okay, then. Just for a little while. Sorry about calling you out here in the middle of the night. Nah, don't worry about it. What's up? I'll get right to the point. What's up with this Kratos guy? What do you mean, what's up? Doesn't he piss you off? Zellos, why are you so mad? Well, he's done all this stuff to us. Turned against us and even betrayed his own son. Damn right, I'm mad. Uh, do you really think you're in a position to be mad? We don't need to talk about me. I'm really good at conveniently forgetting things like that. That's hardly something to brag about. I think parents are there to protect their children. Well, yeah. But this guy, he just goes back and forth like he can't make up his mind. Doesn't he realize that it only hurts you? And then after all that, he challenges you to a duel? What kind of family turns swords against one another? This whole thing's nuts. Yeah, well, I guess that's true. You certainly don't seem that worked up about it. Doesn't he piss you off? Well, right now, you're mad enough for the both of us. I hate parents like that. Parents who just jerk their kids around for their own convenience. Yeah, when you put it that way, I guess he did kind of jerk me around. Exactly. I mean, he knew about the Eternal Sword and the Eternal Ring from the very beginning and didn't say a word about it. Uh. What? What about the Eternal Ring? Uh, well, is Kratos the one that told you about the Eternal Ring? Oh, Lloyd, after we've succeeded in reuniting the worlds, what are you going to do? Zelos, you heard about the Ring from Kratos, didn't you? He, he knew everything. That humans can't use the Eternal Sword, the details of Colette's sickness, the way to make the Eternal Ring, everything. Yeah, I guess when you think about it that way, he could have said something sooner. Exactly. But even if he had told us, I don't think we would have believed him. So maybe he did his best to gauge when to do what, and to set things up for us along the way. Well, when you put it that way, I suppose that might be true. Now I feel kind of stupid for getting so worked up over it. Not at all. Because you were upset, I think I've calmed down. I'm not worked up anymore. Oh, well, that's good then. Tomorrow, I'll fight Kratos, and then I'll ask him, what he was thinking and what he was trying to do. Tomorrow, if Origin Seal is broken, the worlds will begin to unite, right? Yeah. Oh, yeah. About that question you asked earlier, I'm planning to go on a journey to search for X-Fers. Huh? You asked what I was going to do after the worlds are reunited. Oh, I get it. That sounds like a good idea. We should put the X-Fers somewhere people will never get their hands on them again. For the sake of living beings, as well as for the life of us. What about you? What are you going to do? Me? Hmm, good question. The institution of the Chosen will surely be abolished, so, uh... I guess I'll just tag along with you. Huh? Are you serious? Yep. I think it's an awesome idea, if I do say so myself. Zellos, savior of the world, on a journey with his faithful sidekick. What do you think? Whatever, man. Do what you like. Okay then, it's settled. It's going to be awesome, traveling around with me. Just you wait. Yeah, yeah. Ah, that was, that was doch, that was doch ganz süß. Irgendwie. Auch wenn's nicht so... Also da, da muss ich sagen, fand ich die Colette-Szene besser, irgendwie. Sie haben ja größtenteils nur über Kratos geredet und dann halt nochmal so angemerkt. Ach ja, äh, ich werde übrigens auf eine Reise gehen, wo ich alle Ex-Fuers einsammle. Hm, weiß nicht. War jetzt irgendwie nicht so spannend, sag ich mal. Bei Ray bin ich gespannt, worum es dann ein Teld of Symphonia 2 geben, oder so. Dawn of the New World, ob's da darum geht, wie Leute die Ex-Fuers einsammeln, oder um was anderes. Ich weiß jetzt nicht. Jedenfalls gibt's da auch neue Charaktere und so. Ich bin echt gespannt, was da abgeben wird. Aber ich würde sagen, wir schauen uns einfach die nächste Szene an. Was ist das? Um, you still up? I couldn't really get to sleep. Well, in that case, you want some company for a little while? Okay, then. Just for a little while. So, aren't you nervous? Huh? About tomorrow. The battle with Kratos. Yeah, a little. Right, of course you'd be. Doesn't it bother you? What, fighting with Kratos? Yeah. I mean, he's your father, right? Isn't it kind of difficult to face him? The fact that he's my father still hasn't sunk in. When I stop and think about it, it does seem like he helped me out a lot along the way. But he also betrayed us and put us through hell. So accepting the fact that he's my father, it's harder to deal with than the fact that I have to fight him. Hmm, I see. But, you know, I'm still a little envious. Why? You know, I was abandoned as a child. So I don't have a clue who my parents are. Ah. I thought about what it would be like if I was in your place. If my parent was my enemy and yet still came to my aid. I think I'd just be all confused. I'm confused too. Even now. Well, so when I imagined about fighting my own father tomorrow, I got really frightened. You did? You did? You dork. You don't have to put yourself in my shoes that much, you know? Well, I know, but either way, it nearly drove me crazy. I couldn't take it. Anyway, that's how I felt, so I thought maybe you're feeling the same way. Huh. Thanks, Sheena. Nah, nah, it's the... Say, what are you planning to do after this? After this? When the worlds are reunited, our journey will be over, right? So what then? Well, I think I want to go on a journey to collect all the X-Sferes. Oh. That's a good idea. Could I... Could come along with you? Huh? You don't have to go back to Mizuho? I... I want to... I want to be with you. Sure. I want to be with you, too. Really? Then it's settled, okay? You can't change your mind now. We're going together on a journey to collect all the X-Sferes in the world. Yeah. That way, no more people will fall victim to the X-Sferes. And these things will never be dragged into a conflict like this again. It's a promise. If you don't keep it, I'm going to invoke the Mizuho tradition of making a liar swallow a thousand needle. I don't have to go back to the X-Sferes. Whoa. Okay. Okay, I promise. Hm. Das war doch auch ganz schön, gerade, oder? Hat mir ein bisschen besser gefallen als Dements Erlöser. Aber bisher fand ich wirklich noch Dements Kred um ja am besten. Das war jetzt auch irgendwie so... Ein bisschen random, dieses Ansprechen von wegen, was die Leute jetzt vorhat. Aber finde ich interessant, dass er quasi jeden, wie er mitnimmt, sozusagen. Was ist es? Are you still up? I couldn't really get to sleep. In that case, would you like to join me outside? Okay, then. Just for a little while. It really brings back so many memories. What does? This village. Huh? Oh, have you forgotten? Genus and I were born here. Oh, yeah, that's right. I never realized that there were two separate worlds. Now all my research seems so meaningless. So, the reason you were interested in old ruins was... I was searching for the images from my childhood. Heimdall, the otherworldly gate. Everything was over here, in Teth Eala. I'm glad you finally found it, Professor. Should I be glad? But this is the village you'd been searching for, right? You finally found your homeland. Yes. In the end, perhaps I should be glad. What's wrong? Did I say something bad? No. I'm glad I learned the truth instead of spending my entire life never knowing where my roots were. Your roots. I wonder where I was born. You should ask Kratos when you get the chance. Kratos? I couldn't talk to him about that. That man has risked his life to protect you. Think carefully what that means. But I don't understand what he's thinking. Why did he just go along with what Mythos told him to do? Who knows? But in protecting you, he acted against Mythos. He deceived us. People change. For better or for worse. Then... Then why does he still want to fight me? Adults are troublesome creatures. They aren't very good at admitting their mistakes. This is probably his way of settling things. Settling things? Once it's over, I wonder if I'll be able to ask him about my roots. Perhaps. If you do find out where you were born, would you like to go there together? Yeah. That sounds good. Along the way, we can collect all the X-sferes from around the world. I don't think these things should just be left about. Yes. It would be best if they never appear again. Right? Okay. Then it's settled. When the worlds are reunited, we'll head for your birthplace together. Okay. That's a promise. No, that was a sweet scene. I think it was a really nice scene. That was my favorite scene between people and characters. On the way. I think it's interesting, how it was done with you. And also... It was also a relatively cool scene, I think. The X-sferes was done with the X-sferes. That they also gleichzeitig to Lloyds Geburtsort reisen want. That's what I think. I think it's really cool. Okay. Let's go. So. As soon as the X-sferes. But as you can see, the X-sferes is already filmed. I think it's really not a good idea. I think it's really a good idea. From the channel PewDie. I would also have to do it all. All the same thing. But it's all. Ich müsste das Spiel noch mehrmals durchspielen. Wenn ich die ganze Sympathie zu allen Charakteren aufbauen wollen würde. Und das wäre halt wirklich nicht machbar, sag ich mal. Mit Zielfernse bräuchte ich dafür ziemlich lange. Und müsste das Spiel wie gesagt mehrmals durchspielen. Und das möchte ich nicht wirklich. Weil es würde halt viel zu viel Zeit kosten. Und deswegen mache ich es so, dass wir uns die wenigstens angucken können quasi. Aber ja. Ich die auch mal sehe quasi. Ich könnte es mir auch noch privat angucken. Aber ich möchte es halt einfach mit zeigen. Meine Reaktion darauf und dann sofort. Was ist das? Was ist das? Are you still up? I couldn't really get to sleep. Let's go outside and look at the stars. They're beautiful right now. Okay then. Just for a little while. Wow. Wow. You can see just as many stars here as you can from your house, Lloyd. That reminds me how you and the Professor used to come to my house just to look at the stars. Rain always told me to study the positions of the stars. How come? So we'll be ready in case we're chased out from the village. Uh, I mean... Well, anyway, knowing the position of the stars is important. It'll keep you from getting lost. At least you know a lot about those types of things. What do you mean, at least? Say, Lloyd, can I ask you something? What's up? How come you don't discriminate against half-hands? Huh? Do you think it would be better if I did? No, I'd hate that. Then it's good that I don't, right? Yeah, but it's just... No matter where we go, that's just the way it is. Who decided that? Who... who decided? Humans, elves, whatever. There are people you like and ones you don't. That's all there is to it. Lloyd? If I'd been born a half-elf, I don't think I could stand being liked or disliked over something I can't do anything about. Yeah. You can't change what you are and how you're born. Yeah, you're absolutely right. Well, but I guess that means I can't change the fact that I'm stupid, huh? Don't worry. Your stupidity is what makes you cool. Hey, what the heck does that mean? Huh. I really like you, Lloyd. Even though you're a human. Huh? I think that if I'm with you, I'll eventually learn to like humans. Well, then why don't you come with me? To where? When this journey is over and the worlds are reunited, I plan to gather all the X-Fers. To make sure there won't be any more people like Paseya? Exactly. That's a good idea. I worry if you're by yourself. So I'll come along too. Okay, then. It's a deal. Yeah. We'll be friends forever. I'll be friends forever. Das war doch auch eine schöne Szene, oder? Geht das noch weiter? Nee. Okay, das schlug. Ich dachte, ich weiß, wie die auch noch ein bisschen geht. Ähm. Das war eine schöne Szene. Und wieder mal, ähm, Genas Thema wurde aufgegriffen. Das mit der ganzen Diskriminierung gegen Halbelfen und so. Ja, ist echt eine schöne Szene gewesen zwischen den beiden. Gut, gehen wir als nächstes zu Regal, würde ich sagen. Okay, dann. Are you awake? I couldn't really get to sleep. I see. Then, would you like to come speak with me for a little while? Okay, dann, nur für ein bisschen Zeit. Es ist ein strange Gefühl. Huh? Was ist das? Dass dein Vater sich jünger als ich ist. Oh, ja, ich weiß was du. Es fühlt sich nicht real zu mir, Ad, oder. Es fühlt sich eher als er mein older Bruder. Bruder, huh? Ja, ich kann das vorstellen. Obwohl, ich glaube, er könnte das auch sagen sagen. Ich, auch, habe dich als ein kleiner Bruder gedacht. Ich habe keine Brüder, aber wenn ich ein kleiner Bruder hätte, ich denke, er könnte sein wie du. Wenn ich dein Bruder hätte, würde ich viel mehr mitgebracht werden. Nein, du hast wirklich nicht kontrolliert, du hast das für dein Vater. Regal, du verstehst du Kratos und die Dinge, er macht? Warum hast du gefragt? Wenn das wirklich für Alicia's sake ist, oder wenn es um die Vögel zu erfüllen, Ich denke, Sie denken zu schwer über die Dinge, die du gesagt hast. Wie du bist, zeigt, wie wichtig Alicia war zu dir. Ich verstehe. Sie sehen nur eine einfache Wahrheit. Die Leute sagen, ich bin einfache. Ich verstehe, wenn sie uns zwei zusammenfassen, und wir wären einfach richtig. Vielleicht. Wenn diese Reise ist vorbei, vielleicht werde ich mit dir lernen. Ich weiß nicht, ob mich lernen ist so gut. Aber wenn Sie mit mir kommen, nach dieser Reise ist vorbei, das ist gut für mich. Es wäre wie zu töten mit einem Sturm. Zwei Böse mit einem Sturm. Ich werde dich irgendwie verabschieden? Als die Welt wiederumfassen wird, ich stelle all die Ex-Fuers. Ich meine, wir können sie einfach wegnehmen, wie sie sind. Ja. Vielleicht sollten wir diese Schmerzen für diese Schmerzen immer wiedersehen. Otherwise, die Geschichte wird sich selbst verabschieden. Genau. Also, ich denke, dass Sachen wie die Ex-Fuers Schmerzen, die in Ihrer Firma geöffnet werden, vielleicht wäre es sinnvoll. Ich möchte, dass Sie mich mit mir befreundet werden. Wirklich? Ich bin ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob ich sie alle in meinem Leben kann. Ich hoffe, dass meine Business-Experience von mir befreundet werden. von mir befreundet werden. Und besides, Alicia würde sicherlich gerne helfen, dass ich Sie helfe, dass ich Sie helfe, dass ich Sie helfe, dass ich Sie helfe. Es wäre eine große Hilfe, zu haben Sie hierher. Meine Güte ist Sie. Auch nach unserer heutigen Reise enden. Sie sind meine neue Hoffnung für die Zukunft. Wir werden uns gemeinsam weitergehen. Das war doch auch eine süße Szene, oder? Das heißt, das war eine schöne Szene, einfach. Zwischen Riege und Lloyd. Ich kann irgendwie gar nicht so viel zu sagen, außer dass es halt eine schöne Szene war. Also, bisher war halt wirklich die mit Selos, äh, Selos, die, die ich am wenigsten mag. Obwohl, er mir bei Lafanoa Szene am besten gefallen hat. Irgendwie, ich weiß nicht, er ist halt so... Ich weiß nicht, irgendwie... Sie haben halt nur über Kratos geredet, irgendwie. Das war nicht so... Spannend, ich weiß nicht. Aber okay, jetzt kommen wir zu Prisea. Ich weiß nicht, ich finde bei ihr irgendwie kein gutes Video. Also, guck mal. Okay, ich habe jetzt wirklich lange gesucht, um irgendwie eine gute Szene von Prisea zu finden. Aber, ich finde nichts. Ich habe auch in mehreren Let's Plays geguckt. Die hatten alle Prisea nicht. Deswegen, ja, müssen wir jetzt das hier nehmen. Ihr seht schon, erstens ist die Qualität nicht wirklich gut. Das ist übrigens vom YouTuber Mammon heißt der. Und zweitens habe ich gerade schon ein bisschen geguckt. Da sind irgendwie so kleinere Cuts immer drin. Deswegen wollte ich es nämlich nicht nehmen. Aber ich finde wirklich kein anderes Video. Ich habe es wirklich bestimmt 40 Minuten geguckt. Wirklich. Und ich finde nichts. Deswegen nehmen wir jetzt das und gucken uns das hier an. Wenn halt irgendwas weggeschnitten ist, keine Ahnung, tut es mir leid. Aber ist halt auch nicht mein Video eigentlich. Deswegen. Ich werde übrigens die ganzen Videos auch in der Beschreibung verlinken. Nur, dass ihr wisst, wo ich das überhaupt her geguckt habe. Äh, und so. Das meine ich gerade. Da war halt so ein Cut. Plötzlich fing die Musik an und bisher hat was gesagt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht was weggeschnitten wurde oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls. Also es wurde definitiv was weggeschnitten. Aber ich meine, was vom Gespräch. Deswegen. Es tut mir leid. Ich finde da wirklich keine bessere Version davon. Du fühlst keine Trepidation? Über den Kampf gegen Kratos? Ich hätte lieb, wenn ich gesagt hätte, dass ich nicht hätte. Aber ich denke, Kratos möchte uns kämpfen. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht die Logik dieser Kampf. Für alle Intenten, Krucius noch nicht mehr existiert. Ich denke, Kratos möchte eine große Aufmerksamkeit zu seinem alten Selbst, als Angel von Krucius. Hebebebezpiegelt. Kann er nicht so machen, indem er physisch über seine Rolle als Angel von Krucius ausfügt? Er hat wohl schon lange zu lange gemacht. Er hat wohl schon lange das Leben erlebt. Ich kann auch nicht vorstellen, was 4000 Jahre ist. 4000 Jahre. Es geht um zu existieren, über die Grenzen von deinem Rettung. ist eine schreckliche Sache. Ich frage mich, was ich hätte, wenn ich solche Zeit hätte. Insofern, du wirst wunderschön von leben. Das ist das, was ich denke. Wunderschön? Ich frage mich, ob das ist wahr. Wenn du wunderschön bist, wirst du viele Dinge machen. Ist es nicht so, dass die Leute wissen, dass sie irgendwann sterben werden? Dass sie sehr schwer versuchen, zu leben? Wenn die Leute sterben, alles ist vorbei. Deswegen, alle wollen ihre Bestimmung finden, bevor das Zeitpunkt kommt. At least, das ist so, wie ich fühle. Ja, vielleicht so. Also, es ist so, wie wenn die Weihnachtsfeier immer noch lange dauern, ich würde niemals machen, wie ich meine Hausaufgaben mache. Ich glaube, das ist nicht so, dass das gleiche ist. Oh, wirklich? Es ist nicht so, aber es ist leicht zu verstehen. Und? Es ist okay. Ich war nicht so, oder was ich. Ich habe meine Leben aufhört, die Leute in meiner Stadt zu werden, und mich überwinden. Ja. Ja. Auch meine junge Frau, Alicia, wurde viel ähnter als ich. Ich wollte in die nächste Karte mit allen anderen gehen. Aber ich... allein... bin ich noch auf einem Freude. Dann werden wir uns wieder ähnter zusammen. Zusammen? Mit dir? Wenn diese Reise überstehen, ich planze, um all den ganzen X-Sferen zu gehen, um alle restlichen X-Sferen zu holen. Um sicher, dass die Leute nie getrennt werden können. Ich möchte auch mit dir gehen. Zusammen mit dir, ich kann das Verbrechen in meinem Leben erfüllen. Dann machen wir das ein Verbrechen. Ja, es ist ein Verbrechen. Bitte, nicht hinterlassen. Ich versuche, ich will nicht. Das war echt ein ziemlich tiefsinniges Gespräch zwischen den beiden. Muss man schon sagen. Also, das war es wahrscheinlich das Beste, würde ich sagen. Also, was sie auch gerade gesagt hat, von wegen, dass sie halt nicht altert und so nochmal. Das auch mit Crate heißt, glaube ich, in dem Sinne jetzt Klasse und so. Und das mit Holidays, da macht es auch Sinn mit Klasse. Das ist ziemlich, ziemlich deep allgemein. Also wirklich, das war ein sehr deepes Gespräch und ein ziemlich cooles Gespräch auf jeden Fall. Hat mir gefallen. Gut, im nächsten Part geht es dann nochmal weiter. Und wir werden gegen Kratos kämpfen. Aber das soll es erstmal für heute gewesen sein. Mit so einem Schau. Euer Viro. Tschüss.